Warte, meine Axt. Ach, jetzt mich mein, gell? Hinter dir ist noch einer, also. Ich blute. Junge. So geil, wenn du den Kopf da so zurück machst. Lauf! Lauf! Hier müssten wir mal ne Base aufbauen. Die Stadt, meinst du da oder was? Nein, lach weiter, nicht die Stadt, oder? Ja, lauf mal rein, mal gucken. Das stift. Nein, das stift nicht, nein. Junge, wie weit rennst du denn, Junge? Warte mal, ich muss mich mal fantasieren. Hab nicht mehr so viel. Jus. 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 Du hast doch bestimmt Wippeer Kitzke. Jus. Ja. Ja, ich bin echt geiler. Weil meine Sniper-Raple ist nicht so fresh. Ich hab Bost. Ja, aber ich hab jetzt nichts mehr. Wau. Ja. Das tue ich mal auf. Wo bist du denn jetzt? erst mal auspacken ja noch mal das cranberry das kann nicht jetzt sind wir voll im kreis gelaufen ich sag's doch ja eben verstehe ich jetzt auch nicht wir laufen jetzt weiter hier lang aber hier dürfte dann der damm sein weil wir hier sind beim damm warte mal ja jetzt laufen es dann und dann ja dann nehmen wir so eine abkürzung wir sind jetzt bei cranberry wir sind voll wieder zurückgelaufen junge wie geht es denn weil ich nicht ja war auf der map steht hier norden norden ist immer noch oben und wenn wir hier sind müssten wir doch theoretisch nach morgen wo zeigt es denn jetzt hin bei dir es ja wir sagen süden hier ist dann norden wahrscheinlich oder ja keine ahnung ja guck doch mal zurück dort ist ja ist ja hier ja dann müssen wir doch da lang laufen nein wir laufen jetzt richtung irgendein mal was passiert was laufen wir jetzt richtung süden hier ist ein baseball stecke wenn du brauchst ich will aber jetzt nicht nach süden laufen sonst laufen wieder ganz runter ich glaube anders darum komm jetzt ja sonst laufen wieder runden lang ich will aber in die stadt ja wir sind in einer stadt ja aber nicht in der stadt hier gibt's nix hier liegt muni guck mal lass mal reingehen shotgun shell ah wasser hab schon was mal kurz hier reingehen wasser und nicht mehr frisches oh ja hier ist was zu fressen fressen neun millimetern es ist halt wo willst du denn jetzt lang gehen was auch die ganze zeit wollte aber nein du musst sie auf der straße laufen nach norden ach so ein spieler will er mit voller ausrüstung killen das wär's da ist doch einer mit weißem motorrad heim möchte ihn mal killen warum du hast doch einen ja vielleicht ist es mein tipp ja meinst du zombies nehmen das oder was vielleicht haben wir ein bisschen was ne wir haben nur den spruchten blut ist ich weiß also halt das jetzt gut im norden junge man hat sich meine bandagier mich erst mal auf junge jetzt muss ich mich bandagieren da ist ein zombie pass auf pass auf nein komm jetzt norden denk dran norden n n jetzt sind wir ein ne ja da ist ein bisschen weiter links vielleicht da ist ein auto ich folge einfach der straße dann sind wir doch richtig warte mal wenn wir hier cranberry sind hier ist die straße dann dürften wir jetzt vielleicht gleich zu bucherskampf erst mal beim fahrungspacken ich spiele jetzt mal in der third person ja mag das immer ekelhaft ich weiß nicht das ist irgendwie nicht geil keine ahnung und geschmack tödlich vielleicht holt ich mir gleich noch mal eine pizza wo ich muss jetzt bis zwei uhr wach bleiben ja wenn ich morgen krank mache können wir noch durch machen ja warum nicht viele stunden nehmen wir denn jetzt schon wieder auf jetzt ist wieder eine stunde 26 an sich also jetzt junge jetzt laufen wir wieder zurück zu meinem punkt sag mal nein doch kann doch gar nicht sein wenn wir bei cranberry sind und wenn dann sind wir beim cranberry dann kommen wir auch zu deinem scheiß du weißt du weißt jetzt schon dass du bei wenn du die karte auf siehst ja und du siehst cranberry dann laufen wir jetzt nach unten gell nein doch also ja die karte ist falsch rum das weißt du du musst die anders sehen komm wir laufen dann zeige ich dir hier bin ich doch lange hier bin ich doch lange gefahren um dich abzuholen wir fahren jetzt wir laufen jetzt zu meinem stützpunkt ja gut dann ist doch auch perfekt dann verstehe ich die map ehrlich gesagt nein ja wir können jetzt dann zu babas truck shop fahren also laufen also wenn ich immer die map geguckt habe dann war das richtig wenn ich gefahren bin und habe gesagt ich muss jetzt rechts und links dann war die auch genau so richtig also glaube ich nicht dass dies falsch ist ja doch glaubst mir wir laufen jetzt richtung meinem stützpunkt und wenn wir dann ja da weiterlaufen dann kommen wir wieder zu babas truck shop jetzt laufen wir doch wieder nach links wir müssen jetzt aber weiter grad aus richtung norden und dann damit zur gandachtzeit nein vielleicht hinter stadt da hast du ein groß die große einkaufsmeile und da möchte ich jetzt hin guck mal wieder mir näher kommt ja aus dem weg ich gucke gar nicht guck da sind schon wieder die zwei umgefallenen teile ja wir sind nach links also sind einmal so komplett im kreis gelaufen aber ja wo wird es jetzt langlaufen querfeld ein oder was ja richtung borden ja du hast gesagt wir sollen nach links ja weil ich den mast eigentlich kannte ja ja wegen wir das gefühl wir sind alleine hier oder auf dem server ist doch egal ja kein action ja was soll ich sagen vielleicht wird er ja nicht so gut besucht aber dann wäre ja nicht alles leer sind wir noch norden ja ja genau norden ja ja gut wir machen jetzt mal einen serverwechsel da müssen wir wieder von neu anfangen warte ich will jetzt mal gucken weil hier ist nämlich komplett alles land aber wo ist denn die straße ich die map ist scheiße ich finde meine besser ja ich kenne die ne ich kenne die andere besser da ist alles schön gesund da siehst du die straßen ein da nett aber da ist großer waldstück also wir müssten jetzt lange durch den wald laufen und deswegen sammelt berries ein und du weißt schon dass wir jetzt zum bald ende kommen ne kann nicht sein laut map nein und wenn dann ist deine map müll dann ist die totaler schrott also wenn wir so laufen jetzt wie du wo bist du denn hier unten irgendwo wo bist du denn ach ich bin da oben so wenn wir so laufen norden halt ja so ist norden ja siehst du und hier war das ich glaube hier war das und jetzt pass auf da kommt jetzt gleich eine message guck das ist Ende hier das kann nicht sein doch du wirst es gleich sehen du kommst jetzt gleich eine message äh area verlassen und dann musst du mal auf dein live gucken und dann bin ich verreckt pass auf ja wenn da ein zombie steht glaub ich das nicht naja man ist so hoch oder was ja wer weiß wird doch schon längst die message kommen oder weiß ich nicht ja da hinten geht es auf jeden fall nicht weiter habe ich das gehört ja glaub ich auch nicht ja wo sind wir denn dann junge ja doch da geht es jetzt wieder wald aha aha warte mal ich muss was zu essen äh essen zu führen hast du was es mäßig was zu trinken auch ist äh ich hab essen ja ich auch aber was zum trinken so enthält essen das da das da das da das da ich hab nur Blueberries ich hab noch mal ich hab noch mal zwei Wasserflaschen ich trinke jetzt eine aber eine kann ich dir geben na vielleicht hilft es ja mit den Blackberries ja warte dann trinke ich die jetzt auch weil ich hab nämlich noch 45 ich trinke die jetzt hab ich keine mehr jetzt trinke ich die und dann mach ich noch mal ein bisschen Blueberries ah Berries Drop 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 Alter mein Rucksack wird immer leerer ne ich hab so viel ja ich hab keinen Rucksack ich hab auch noch ein Wasser aber das ist nicht mehr so frisch egal für mich langt das in die Fresse Junge in die Fresse ja rechts links ich verliere zu viel boah der war aber geil Alter Alter ich hab 65 Leben was los mit dir rechts links lass doch lass doch Junge du kennst mich ja dann lass noch mal heilen ja ich hab nämlich nicht mit der 65% rumlaufen wenn mich immer hier mit an schießt dann hab ich ein Problem jetzt noch mal die Fresse ja komm jetzt komm jetzt ja noch mal auf so ich hab immer nach aber das muss so bitte mit den Füßen ja 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 ist es noch ist es noch norden wir könnten eigentlich was aufbauen das wäre cool hier ja mit nirgendwo genau warum nicht ganz geile sache ist die da hinten auto oder was sie da ist nicht genau das ist ein felsen oder ein auto sport nicht in der welt ist nicht so wie bei daisy einfach im walten kaktor ja vielleicht ein spieler abgestellt ist das ein fluss jetzt ja das war gleich auf der map gucken da ist auf jeden fall schon mal ein zombie und ein wolf da ist die hinterher zwei stück nein doch wie schwul die laufen alles wird aus hacke machen sagt man das ich habe ja noch ein feuerzeug dann können wir nämlich das frage so raten müssen wir nicht wie es geht das zombie läuft kill es mit dem roll wie kann der mich denn kriegen junge alle immer auf nicht so nun lute schon wieder das ist doch 68 prozent jetzt lass das mal mit dem schlagen kann man vielleicht müssen wir schwimmen ja du kannst vor allem nicht wenn du kannst einfach rüber rennen er ist ja noch besser ja das ist ein bisschen wie das wasser wieder nirgendwo ich bin ich sind kein gott junge ja du wirst es ist nicht so gut wirst sie sind kannst du kannst einfach laufen passiert nichts das ist einmal die selbe tiefe ist das warte lassen sich aber gleich mal gucken auf der map was klopft denn der da vorne so der leuchtet so halt die fresse das ist gott ja jetzt auf einmal mich mein gell so warte so wenn wir hier sind warum ist jetzt hier wasser ok vielleicht kann ich das ja nicht sehen auf der map aber jungen komm jetzt ja norden sind wir jetzt auf jeden Fall immer noch lass den zombie zombie sein und nimm blut blackberries mit so viel es geht das steigert unser überlebenschance naja von blueberries fressen ja besser als nix junge gut dass die entwickler sowas reingemacht haben ja kreativer als der sie blut blackberries ich smash immer eh i droppet branch halt die fresse es bringen zwar nur zwei prozent aber die haben so viel energie englisch die sind übermächtig eigentlich leute so ist das erst ausgerüstet mit essen dann durch die stadt kämpfen und nun wieder an blackberries fressen presse junge ist genau wie bei armer wieso ja erst musste fahren und was weiß ich um geld zu kommen wo bist du denn ich finde es lustig es geht so ich bin andere kollegen wir haben einfach mal leute ausgeraubt wo die am farm waren mit äpfel und so wir haben einfach schiff 10 gesagt ich habe doch nichts dabei drückt trotzdem schiff 10 schiff 10 will ich sehen sonst gibt es einen schuss in den kopf ja okay hat er nur gelacht du hast ja gar nichts dabei ich habe doch gesagt ich habe nichts dabei ja wer weiß aber geld ausgeraubt vielleicht nur so 30 dollar oder so das ich dachte gerade das wäre ein bär oder so guck guck mal was ist denn da da hinten sieht doch schon aus wie eine stadt hier so weiter nach rechts guck mal was ist denn da hinten